Wenn der gleich ankommt, dann kriegt er Weltmesser in die Schuhe und das kannst du aber wissen, wir haben schon Wille besucht. Könnten die das mal bitte sein lassen? Warum muss ich das mal so kompliziert machen? Ich weiß es nicht. Das sieht mir nicht so richtig gerade aus. Oh echt jetzt? Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir den Kabin. Nach der Horde von gestern, die eigentlich ziemlich gut gelaufen ist, aber heute werden auf jeden Fall die Giants kommen. Also bei der nächsten Horde, nicht heute. Das heißt, wir werden hier ein bisschen was umbauen. Ich habe nämlich schon ein paar Sachen vor im Kopf. Also theoretisch schon aus Padobert, aber ich weiß noch nicht, ob das so funktioniert. Aber erstmal mache ich das hier ein bisschen leerer. Obwohl, ach ne, eher. So und ich brauche jetzt ganz, ganz viele Platz in meinem Inventar. Und wir werden heute ein, zwei Sachen abbauen und ein paar neu bauen. Habe ich mir gerade so überlegt. Und zwar, ne, das kann bleiben, das kann auch bleiben. Aber das muss weg. Das muss weg. Das muss umgesetzt werden nach oben. Und die Falle kommt weg. Wir werden unten nämlich ein bisschen mehr, äh, aufstocken. Sagen wir mal so. So warte mal, ich muss das dann erstmal hier leer machen. Quasi alles, was nicht gebraucht wird, muss hier raus. Jaha, Guru, Guru. Niemlich auch. So, fangen wir hier an. Das heißt aber erstmal, wie gesagt, müssen wir den Strom umsetzen. Nicht, dass der uns, äh, verloren geht. Weil wir brauchen den Strom, ja. Oh, sag mal, habe ich den jetzt da ausgeschalten? Ach, für ein Kumpel. Da war eben ne Eule, ne? Ne Eule, die wir brauchen. Egal. Wir haben jetzt ganz, ganz andere Probleme. So, dann stellen wir das mal schnell da oben hin. Da stört das uns nicht. Und wir müssen noch eine zweite hinzubauen. Weil das mit den Strom nicht reichen. Das ist aber ein anderes Ding. Da kümmern wir uns, wenn es soweit ist. So, habe ich denn... Ich habe kein Kabel mehr. Ich habe ja nichts mehr. Ja. Aber das sollte nicht das Problem sein. Warte mal kurz. Äh... La Cablo ist da. Könnte so ja noch ein paar Kupfer herstellen. Ich glaube, das müsste eigentlich... Ja, das müsste eigentlich heute funktionieren. So, warte mal. Das war hier... Da, ne? Genau. Wow. So, jetzt müsste da unten wieder Strom rein gehen. Und, äh... Wir können das hier erstmal abbauen. Oh, ja. Gut. Dann brauchen wir das nicht reparieren, wa? Ist ja auch was gut. Die Frage ist jetzt, wenn ich das hier wegreiße, stürze alles mit ein, wa? Ich glaube, das stürzt alles mit ein. Das kann auch alles weg. Das wird so oder so alles jetzt neu gebaut. Bei denen, was ich vorher habe. Hohohohoho. Krasse Kacke. Ich sag euch... Äh, ich sag euch bewusst, das wird die krasse Kacke. So, warte mal. Warum muss ich das reparieren, wenn ich das abbauen will? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Okay, weil da unten ist nur gut. Der würde uns jetzt tun gut. Aber ist jetzt nicht mein Doktus. So, ich hoffe, dass wir heute so wenig wie möglich Besuch bekommen. Das würde mir ganz schön in den Karten spielen. Warte mal. Gut, baue ich von unten ab, ist kein Problem. Müsste jetzt eigentlich alles abgebaut haben, ne? Ich glaube, ja. Wir können hier anfangen, umzubauen. Da fehlt es mir wie Schuppen von den Augen. Äh, wir haben verjessen. Also, ich kann verjessen. Äh, für den Umbau bräuchte ich eigentlich noch. Kannst du mal kurz weggehen? Äh, ich brauche die Sicht. Spiel! Ich sehe doch nichts. Äh, ne, das ist Fleisch. Wo haben wir denn? Da, das brauche ich. Das brauchen wir, denn wir werden heute hier ein bisschen breiter machen. Wir werden ein bisschen in der Breite gehen. Und dann habe ich mir gedacht, äh, wir bauen die Fallen, also dasselbe, was ich gesagt habe, da vorne stellen wir auch hier hin. Ich glaube, das ist eine ganze Idee und dann hier Eisen raus und dann kann ich mal rausschießen. Ich glaube, das ist ganz gut, weil ich kann auch von oben runterspringen. Ob ich jetzt da Schaden kriege oder hier. Ich glaube, das spielt kein Walzer. So. Und unser Fähnchen im Wind ist auch geschützt. Siehst du? Ist doch alles ja nicht so schlimm. Ja, eigentlich ist das egal in welcher Richtung, ne? Ich glaube, das ist egal. Hauptsache, ich habe es fertig. So. Halt. Genau. So soll das sein. Das heißt aber, oh, Alter, da müssen wir aber, ich habe zwar noch bestimmte Sachen da, aber wir werden morgen ein bisschen raten müssen. Ein wenig viel. Oh, ich habe ja kein, äh, Kleingzeug. Und außerdem habe ich schon gleichiert oder was ist hier los? Und was ist hier verhasert? Und was geil ist? Alter, ich bin vorbereitet, bis zu mir nicht mehr. Ich baue hier rum und im Realleben mache ich mir gerade draußen eine Pizza. Äh. Eine schöne Thunfischpizza. Ich, keine Ahnung, mag die. So, ja, gut. Ist die Höhe. Das ist schon die Höhe, die ich brauche. Ich hoffe, dass du fertig bist. Machen wir mal kurz hier die Funze an. Hm. Jetzt scheint nicht der Fall zu sein. Äh. Entschuldigung. Was maximal plate ist, das heißt nämlich, ich muss hier ein bisschen unten vertraben. Aber ich brauche nicht viel. Was erzähle ich da? Natürlich brauche ich viel. Ich bräuchte viel mehr. Los. Geht doch. Hallo. Hast du das vorhin nicht gehört? Ich habe keine Zeit mit euch zu spielen. Ich muss das alles für euch vorbereiten, ne? Ist dir schon klar? Oh, es ernte. Jetzt. Sofort. Danke. So, habe ich jetzt so hoch, dass ich hier nachladen kann? Oh, Alter. Mensch, Leute. Nee. Was soll denn das? Hier stört mich meine Konzentration. Oh. Oh, Alter. Ich habe Husten. Das ist noch mehr nehmlich. Ich bin gleich wieder da. So. Weiter kann es hier hin. So, dann machen wir hier mal. Oh, oder auch nicht. Es kann doch nicht wahr sein. Ja, und da kommt gleich der Nächste. Sag mal. Ihr habt die Horde wieder ein bisschen verpasst. Kann das sein? Boah. Es ist nicht dein Ernst. Das kann doch nicht wahr sein. Noch jemand? Äh? Alter, wir haben heute richtig Fälle zu tun und jetzt kommt die Penne an. Der kann doch nicht wahr sein. Spindervolle. Sollen sich andere Freunde suchen. Ah, schön. Scheintet ihr Wesen zu sein. Bitte lasst ihr Wesen sein. Also, nachgeladen ist. Äh. Das Einzige. Ich muss jetzt immer von der Seite rin. Das ist natürlich. Lässt sich nicht vermeiden. Kleine Korrekturen oder so, ne? Aber naja. Man muss immer das Ganze sehen. Das große Ganze. Lassen machen. Ich habe keine Zeit. Sonst red mir bloß noch auf. Und mit ist keinem geholfen. Ach du Kacke. Gut. Also. Dann habe ich vor. Ditte hier. Mach ich denn. Wenn der gleich ankommt, dann kriegt der gleich Messer in die Spun. Und das kannst du aber wissen. So. Dann ditte da. Und dann ditte da. Dann muss ich das bloß noch aufwärten. Und dann haben wir alles gut. Na gut. Na das ist ja gut. Zum Glück habe ich hier alles. Fast alles. Da. Da da. Na gut. Das schöne ist. Bin ja ehrlich. Ich hatte das schon alles so weit vorbereitet gehabt. Musste aber dann von vorne anfangen. Weil komischerweise. Ich weiß nicht, ob es daran näher tut. Mein Interface ist ja eingesteckt in. 3.0. Weil komischerweise mein Mainboard unterstützt. Gain 2.0. So wie es aussehen tut. Das war eingeschrieben. Aber. Keine Ahnung. Und mein Interface unterstützt. Gain 2.0. Und jetzt. Habe ich so das Problem. Dass ich das Mikrofon ab und zu mal ausschalten tut. Ohne dass ich das mitkriege. Und alles was ich so schön vorbereitet habe. Allt für ein Pop ist. Also da sieht man. Weil er. Dass es. Sehr sehr gut ist. Wenn man sich mehrere Savegains anlegen tut. Oder zumindestens kann ich schaden. So. Möchte ich nur mal erwähnt haben. Was ich jetzt zur Zeit hier für Stress habe. Das kannst du nicht ausmalen. Das könnt ihr euch nicht ausmalen. Das wollt ihr euch nicht ausmalen. Meiner Zahlen. Wieso nicht. Ja irgendwie. Also. Ich habe richtig Glück jetzt zur Zeit. Mit. Hardware. Das. Äh. Naja. Auch mit Software. Also irgendwie. Kann das sein. Dass sie mich zur Zeit nicht mögen. So. Warte mal. Das ist jetzt verbunden. Kann ich das gleich so ran machen. Oder. Guck mal da. So. Keine Panik. Ich komme hier durch. Das funktioniert alles. Alles getestet und er beruft. So. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ach so. Gut. Wie gesagt. Zum Glück haben wir gelootet. Wie die Weltmeister da oben. Hm? Siehst du da? Da ist Villa. Da zeichnet sich. Warum so ein Vollendinvent. Ja. Zum Looten. Ich will es. Äh. Ja ja. So. Warte mal. Du musst da jetzt ran. Das ist ganz wichtig. So. Das werden wir jetzt. Uff. Und dann stellen wir da. Eben halt. Den Raketenwerter. Äh. Raketenwerter. Er passt auf. Dass da Raketen erworfen werden. Äh. Natürlich den Raketenwerfer. Stellen wir da rauf. Und dann müsste das funktionieren. Dann müssen wir bloß noch unten die Fallen hinstellen. Das. Äh. Wäre nett. So. Und ich müsste eigentlich. Das Bett müsste ich auch woanders hinstellen. Weil wenn hier so ein Dude explodiert. Äh. Das werde ich jetzt mal machen. Ich glaube. Das ist ja nicht mal so schlecht. Ich werde mal das kurze Bett umstellen. Zumindestens. Ich sag mal so. Ich kann nicht schaden. Naja. Hat ja gut funktioniert. Äh. Warum. Warum schaltet der ständig immer um? Ich sag. Er soll das machen. Er macht wieder andere Sachen. Spiegel. Das ist nicht cool. Vor allen Dingen bei dem Zeug. Was die oben drauf zu stehen haben. Das ist so total knarzverrückt. Kannst du nicht machen. Ich staune. Dass das überhaupt hält. Ich hab jetzt gedacht. Das stürzt jetzt alle zusammen. So. Jetzt ist er wieder safe. Boah. Weil normalerweise dürftet ihr ja nicht halten. Na komm. Oh Junge, Junge. Wie gesagt. Wo oben drinne alle 3000. Ach. Ich hab das vergessen. Ich wollte ja eigentlich. Die Steine machen. Äh. Die. Wo mir die Felsen fehlen. Die ich aber auch on mass hab. Das ist wie gesagt. Kein Problem. Muss nur 1, 2 oder 3 mal hoch und runter rennen. So. Ich mach auch bloß 11 Stück. Das muss reichen. Für spätere Leichen. So. Steht. Wackelt. Hat Luft. So. Jetzt. Brauchen wir den. Wir haben schon Willerbesuch. Könnten die das mal bitte sein lassen? Wie gesagt. Keine Zeit, Zombies. Ich muss eure Party vorbereiten. Und das ist nicht so gut. Ah. Seht ihr. Und das wollte ich nämlich auch noch machen. Mir geht das schon die ganze Zeit auf dem Puppis. Und zwar das Ding muss ich umdrehen. Kannst du denn besser verwenden? Oder kann ich besser verwenden? Achso. Bin ich der Meinung. Ich hoffe. Bäh. So. Also. Äh. Ich bräuchte noch mal schnell. Wie gesagt. Strömen. Die. Und da. 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 So. Und jetzt muss das umgedreht sein. Bitte. Dankeschön. Genauso haben wir tun wollten. Egal. Dann kann ich das nämlich hier unten anschließen. Schön. Nisch. Steht in dich. So. Naja. Ist doch fast als ob das stillwesen wäre. Äh. Ne. Das passt nicht drin. Oder kann ich damit auch schießen? Auf jeden Fall eitert das schwer raus. Ops. So. Das haben wir auch fertig. So. Muss mal kurz was kontinuieren. drin. Denn der. Ja. Und liegt schon da. Gut. Da müssen wir aber noch was drin knallen. Das können wir eigentlich jetzt machen. Müsste eigentlich genug Material da haben. Na. Dass ich noch ein Solarpanel hinstellen kann. Das wäre nämlich sehr sehr gut. Was den Strom angeht. Muss ich aber den nach vorne hin bauen. Das müsste dann. Hier irgendwo hin. Genau. Und ich glaube. Das spielt kein Ball sein. In welche Richtung das Kicken tut. So. Ich mach das hier alle draus. Weil. bei ihm noch. Oh. Das muss ich auch mal herstellen. Ich brauche. Sechser. Siemer. Achter. Neun Stück. Haha. Es wird spaßig. Was würde ich jetzt machen? Achso. Solar. Kabin. Solar. So. Äh. Genau. Da brauche ich Titter und Titter. Genau. Einmal. Check. Äh. Nicht check. Aber kein Problem. Da seht ihr. Da hab ich so ja noch ein bisschen Material drin. Es ist alles gar kein Problem. Zwei Kupfer waren. Da waren. So. Hier fehlt jetzt selber auch nochmal mit blauen. Oder so. Oder so mit Re. Ich glaube das wäre ja nicht mehr so schlecht. So. Kann ich das hier hinbauen? Ich glaube ja. Ne? Oder auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Muss nämlich hier irgendwo sein. Da könnt ihr hier hinbauen. Und ich kriege lauter Kratzer rin. Juh. Juh. Zum. So. Jetzt brauche ich, äh. Zwei Eisenplatten. Ist alle, ne? Ja. Zwei Eisenplatten. Das bekommen wir hin. Dann haben wir uns schon mal um den Strom gekümmert. Und das ist sehr, sehr gut. So. Haben wir fertig. So. Dann sag mal. Ich stell das mal hier so hin. Tun. So. Dann muss ich gucken, ob die hier unten noch Platz haben. Äh. Wegen der Verbindung. Ich sehe da noch keine Verbindung. Äh. Warum muss ich das mal so kompliziert machen? Ich weiß es nicht. Ich finde es immer cool und dann weiß ich aber, dass es nicht so ist. Hallo? Aha. Da ist unser kleiner Kabuff. Da sollte ich irgendwie mal eine Treppe runter machen, wa? Weil solange die Tür zu ist, ist es ja... Alles ja kein Problem. Soll ich den Sektor jetzt hier anschließen kann. Und dann ist doch alles gut. Gut, gut. Ich glaube, ich werde hier auch noch eine Treppe ran bauen. Oder sowas in der Art. Das macht uns die Sachen ein bisschen einfacher. Da brauche ich mich hier mal hoch und drunter springen. Und hast du nie gesehen. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Äh, das sollte ich noch nicht verwenden. Nein, das sollte ich noch lassen. War das schon immer so groß? Das kommt mir irgendwie größer vor. Da fehlt der Türrahmen, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich hatte hier einen Türrahmen. Ich bin mir ganz sicher, dass das hier so ein geschlossenes Wesen war. Ach nee. Türrahmen geht er ja nicht. Dann müsste ich gerne die Tür öffnen und zu machen. Okay. War nicht so. Es täuscht nur, weil der Zugang so frei ist. Okay. Gut. Dann lassen wir es so. Jetzt kommt hier so ein Schredder rin. Genau in der Mitte. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich denn hier oder... Oh. Ich weiß, wie ich das mache. Kann das sein, dass die Geräte alle ein bisschen schräg sind? Das sieht mir nicht so richtig gerade aus. Oh, echt jetzt? Weil der Sadomaso-Freak ist schon mal da. Geh doch mal weg. Jetzt sind's wehe. Der ganze Trupp ist schon mal wieder hier. Ihr könnt woanders feiern. Nicht bei mir. Was wollen die immer von mir? Immer um den Block rum. Die sind schon ein bisschen nervig, wa? Die können wir manchmal eben ganz schön oben Puppe sehen. So. Bitte keine weiteren Störungen. Wenn das möglich wäre. So. Weil keine Zeit. Ich hab doch keine Zeit. So, sag mal. Ich müsste doch eigentlich jetzt ja schon mal das aufwerten. Weil sonst haben wir ein Problem mit denen durchschießen. Mit Feuer. Das wäre maximal doof. Sag ich jetzt mal so. Immerhin blinden Leichtsinn. So. Und jetzt kann ich nämlich mit den Klammerer durchballern. Kann aber nicht mehr rausspringen. Außer jetzt hier. Aber ich hab getestet. Ich komm mir jetzt auch hinten schön an und dir raus. Sag mal. Aber hochspringen kann ich nicht, ne? Das muss ich gleich mal ausprobieren. Wartet mal kurz. Also. Natürlich wartet ihr. So. Und zwar. Ich kann ja jetzt so schön hier rin. Aber hier hochspringen ist... Nee, wa? Schade. Weil auf der... Also wenn mal richtig kack am Lampfen ist. So die Tür auf und zu ist... Nicht so mein Liegen. Hm. Hm. Die ist nicht. Ich guck, ich hatte doch unten eine Tür. Ist aber egal. Ist nicht so schlimm. Warte mal. Ich hab eben Strom rumgehantiert. Und ich teste mal kurz, ob das funktioniert. 60. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nie angeschlossen. Hm. Ich hab da so einen Verdacht. Du bist dran, ne? Du bist aber auch angeschlossen. Ach, nee. Ich dumm schäme. Das ist nie angeschlossen. Ich wollte grad sagen Feuer. Aber das hat ja hier nicht mit Jains zu tun. Äh. Nochmal anschließen. Danke. Und darüber. Und zack. Booms. Jetzt ist will ein Schnicker. Das müsste doch eigentlich... Äh. Zum Glück hab ich nochmal nachgekriegt. Das ist angeschlossen. Moment mal. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Ich weiß auch was. Dummheit. Dummheit stimmt nicht. Hier redet er schon richtig. Das ist nur falsches Ding. So. Okay. Redet ist falsch. So rum. Das ist schon nicht richtig gerät, aber... Falsch angeschlossen. Nee, das sieht ja ja nicht. Doch, so rum. Jetzt haut es hin. Ich hatte bloß einen kleinen Denkfehler. Einen kleinen Dankhäger... Äh. Haken. Häkchen. Hm. So. Jetzt kannst du wieder aus. Verhandelt eben. Genau. Mach mal Neustellung. Schill mal dein Leben, Junge. So. Gut. Eigentlich könnte ich... Das ist ja rein stromtechnischerweise. Die könnte ich eigentlich auch schon aufwerten. Erst hat eh eine Kabin, dann hat andere. Mach hier keine 25.000 Sachen. Ist ja gut. War ja bloß ein Vorschlag. Hammer. So, warte mal. Äh. Ist soweit fertig. Jetzt brauche ich die... Ja, doch. Sechser. Also, links Dreier, rechts Dreier. Und hier vorne nochmal zwei. Das sind acht Motoren, brauche ich noch. Sag doch, das wird wahnsinnig, wird das. Das wird Wahnsinn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich brauche Eisen. Eisen. Ich werde es dir beweisen. Ich habe das Eisen. So. Stelle ich mir ein bisschen was her. Das ist eigentlich ja kein Problem. Ich sehe ja nicht, was du hast. So. Eine Maschine haben wir. Da. Und ich habe jetzt vier. Macht jetzt insgesamt fünfe. Sechser. Siemer. Acht. Acht. Kein Eisen. Verdammt. Es musste soweit kommen. Aber ich müsste hier hinten noch was drin haben, ne? Yes. Yes, wie Ken. Oh, da ist ja immer ein bisschen Benzin drin. Tö, 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 tö. Gut, daran muss ich mir jetzt erstmal gewöhnen. Das wird später wahrscheinlich knackt aus Punktus. Das wird schwierig. So, sieh mal, ihn noch. Ihn brauche ich noch. So. Und jetzt. Sprauchkupper. Immer nur will er haben. Haben, haben, haben. Moment mal. Ich habe keine Größe mehr. Ich habe kein Essen. Kannst du mal hinmachen, Junge? Ich habe ja auch nichts mehr. Da trifft es sich aber gut, dass es alt nachgewachsen ist. Hey, Moment mal. Theorie. Äh, naja. Keine Theorie. Ist ja schon bestätigt. Ein Messer ist nämlich besser. Weniger Ausdauer. Verdammt, brauche ich jetzt mein Messer. Das ist. Das noch ein bisschen mehr aufgewertet. Ich glaube, das könnte eine ganz gute Alternative werden. Wie gesagt, das kostet weniger Ausdauer. Ist dadurch natürlich besser. Oh, Alter. Das ist doch nicht möglich. Ich keine Zeit haben. Ist so schwer zu verstehen. Gut. Ich brauche doch was zum Essen. Dann müssen wir jetzt besser aufwerten. Alter, warum müssen die denn jetzt kommen? Wie gesagt, keine Zeit. Die Welle dre... Äh, No... Na doch. Oh, da ist der Nächste. Und da ist schon wieder an der Nächste. Ja, das ist ein Er. Der Nächste. Ich glaube, die wissen, dass die was ganz große Dements stehen ist. Und haben darauf überhaupt keine Böcke. Kann das sein? Das müssen wir alles verhindern. Der Kacker hat das vor. Ja, darauf könnte er aber ihn lassen. Ups. Upside down. So. Na, du wirst doch wohl. Ich bin's wohl. Spiel macht das mal nicht. So, und dann muss ich das auch alles abspalten. Hey, Mrs. Ellie. Schon lange nicht mehr gesehen. Na, wie geht das? Äh, lässt du den Kopf ja schon hängen, was? Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ist schon eine scheiß Arbeit, wie ihr macht. Jetzt aber. Schabe Kupfer. Schabe alles. Oder auch nicht. Ich will wenigstens noch die Dinger hinstellen. Äh, so. Pfeilen hinstellen. Dann haben wir alles geschafft, ungefähr, was ich heute wollte. Fünfe. Gut. Man muss sich auch mit kleinen Sachen zufrieden geben. Muss nicht immer alles sein. Oh Mann, was mag ich denn? Nur Blödsinn. Juhu. So, ist das jetzt so bündig besser, oder so? Ich glaube, das spielt kein Weißer, aber. Ich glaube. Ey, willst du mich ver... Hä? Seh doch zu, wie du durchkommen tust. Durch das Labyrinth des Todes. Alter, kleiner Kacker. So, dann machen wir hier noch ein... Ah, das reicht's. Passt ja wie Arsch auf einmal. So, und jetzt kommt hier... Äh, wo haben wir das? Der Stammbein, der Kompressor. Und von unten die Spikes. Maschine des Todes. Ich sage es euch. Also, da kannst du sagen, was willst. Ich glaube, hier war eine Tür drin. Ich hatte hier bloß offen. Das ist ja kein Problem. So. Auf das Ding. Hä? Nee, das muss ich andersrum machen. Ich lasse es dir zu. Fühlt mir gleich sicher. Wie gesagt. Muss ja aufbleiben. So, so ist das richtig. Fertig. Schön. Dann würde ich sagen, wir machen morgen hier weiter. Dann stellen wir den Rest auf. Werden das auf. Und dann... ...jemand noch ein bisschen luken. Vielleicht kriegen wir das so ja hier oben noch fertig. Und ein bisschen Munition herstellen. Und dann ist es ja schon wieder so weit, ne? Warte mal. Ich gehe noch mal kurz, bevor wir Ferien machen, gucken, ob der Strom jetzt doch ein bisschen besser ist. Jetzt aber dadurch, dass wir jetzt zwei Solarpanel haben. Ah, seht ihr? Geht doch schon jetzt wieder voll. Bevor das nicht voll ist, brauche ich kein dritter denn stellen. Vor allen Dingen, ich habe Angst. Angst, dass ich jetzt ein dritter denn stelle und das alle Tier zerstöre, verkabelungstechnischerweise. Ich kenne mich doch. Immer was Neues angefangen, zack, bumm, kaputt und es funktioniert mehr. Ja, ja, so ist das mit mir. Man kennt sich. So, hier löft alle... Ja, 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 ja. Oh, das schön ist und ich brauche nicht mehr rumspringen, ne? Ist schon geil. Also, ich hoffe, der hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen. Und wenn ihr noch nie abonniert habt, abonniert den Kanal. Das hilft uns. So wächst da. Braucht YouTube. Und ich brauche da. Anerkennung. Yay! Ups, das freut ich nicht. Yay! Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüss. Tschüss.